Krofflis, knusprige Croissant Waffeln aus zwei Zutaten. Diesen Food Trend müssen Sie ausprobieren. Nie war es leichter, leckere und knusprige Waffeln auf dem Teller zu haben. Krofflis verbinden das Beste aus Croissant und Waffel, knusprigen Blätterteig und die schnelle Zubereitung im Waffeleisen. Alles was Sie brauchen, ist Blätterteig aus dem Kühlregal und eine Füllung nach Wahl. Tipp, wenn Sie fertigen Blätterteig ohne Perforationen für Croissant verwenden. Können Sie diesen einfach in sechs Dreiecke schneiden und anschließend aufrollen. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich vom leckeren Geschmack der schnellen Croissant Waffeln verwöhnen. Am besten schmecken die Krofflis warm direkt aus dem Waffeleisen. Krofflis schmecken am besten, wenn sie mit Schokolade oder herzhaft mit Käse gefüllt werden. Um den Geschmack perfekt abzurunden, sollten allerdings die richtigen Toppings auch nicht fehlen. Wir verraten die besten Zutaten für süße und herzhafte Toppings. Das könnte Sie auch interessieren, vegane Pancakes, Bananen-Mini-Pancakes, Käsekuchenwaffeln. Das ist eine Ahnung, die Äthi-Pan encoding. Das ist ein Kühlregal. Das ist eine Ahnung, die Äthi-Pancakes, Ekstelle, das ist ein Kühlregal. Untertitelung des ZDF, 2020